Wer sich für Peter Handkes Werdegang interessiert, empfehle ich dringend die brillante Biografie von Malte Herwig, Meister der Dämmerung. Darin ist die gegenwärtige Kontroverse um Peter Handke bereits vorgezeichnet und bestens erklärt. Malte Herwigs Biografie ist sehr begeisternd, dass sie uns auch zu folgendem reit. Statt sich darüber zu streiten, ob Peter Handke den Nobelpreis verdient hat oder nicht, könnte man ihn ja auch einfach lesen. Etwa die romanlange Erzählung Die Moravische Nacht. Ein ehemaliger Autor hat darin sieben Fremde auf sein Hausboot in Serbien gerufen, auf die Morava, einen Zufluss der Donau, wohin er sich vor einem Jahrzehnt zurückgezogen hat. Und dieser ehemalige Autor empfängt sie zusammen mit einer Fremden und erzählt. Und was nun folgt, ist ein Augenblick des Glücks und des Wunders zwischen zwei Menschen, der Beginn eines anderen Zeitmaßes und Weltgeschehens, der auch ein Augenblick des Glücks für die Menschheit ist. Und so ist diese Passage aus dem Buch Wunder Die Moravische Nacht denn auch geschrieben, also in Wunder, in Sätzen. Eine der Trampelpfade weg von der Quelle, die zugleich Meeresstrand war, führte zu einer Herberge. Diese lag mitten in einem Wald. Die Baumart tut nichts zur Sache. Oder ja, doch, Eukalyptus. So weit nach Norden, bis ins frühe einmal so rauhe Galizien, war der in der Zwischenzeit also vorgedrungen. Licht war dieser Wald da, wegen der so hellen Eukalyptusrinden. Und auch, weil die Bäume beträchtliche Zwischenräume bildeten. Und darin zudem, wenn überhaupt etwas anderes, nur spärliches Niedergras wachsen ließen. Und so lag die Herberge wie an einer Lichtung, ohne dass da eigens eine solche ausgeholzt worden wäre. Das Erdgeschoss diente als Wirtshaus, mit einer Terrasse davor, deren Tische und Schüle fast den ganzen kleinen Wald einnahmen. Rund um ihn das Quellendick gicht, mit den Trampelpfaden, auf der in einem er in das Eukalyptuslicht stolperte. Davon geblendet, sich mit der Hand die Augen beschirmend, ohne dabei aber von der Existenz der Herberge, fernab von allem, sich irgendwie überrascht zu zeigen. So war es ja geträumt. Gedacht, geplant. Er brauchte lange, bis er sie entdeckte. Die Gaststätte für ihre Entlegenheit war gefüllt fast bis auf den letzten Platz. Bis hinten, an dem einen Apokalyptus schon nah am Buschrand. Zugleich ohne Lärm, die Geräusche so in einem gedämpften Gleichmaß aus Stimmen und Schritten. Darin eingesponnen auch das Tellerklirren und Gläser klingen. Und selbst das Schrein der Kinder und des an einem baumgebundenen Esels. Ein Gleichmaß, das sich vielleicht auch aus der Vorfrühlingsluft bezog. Ein Ausnahmezustand. Einmal ein anderer, ausnahmsweise. Und sie, die Frau, saß an dem hintersten Tisch im Freien. Allein, so war es gedacht. Und er allein wie sie, ohne Angehörige im Rücken. Zwei weisen Kinder. Zwei freie. So der erste, der umfassende Gedanke. Und sie erkannte den Neuankömmling, den Mann von weitem. Doch nicht etwa ihn, den gesamteuropäischen Autor oder Ex-Autor. Unsinn, sie erkannte den Mann dort. Und mehr war dazu nicht zu sagen. Und er? Sie kam ihm gleich bekannt vor. Ja, war das nicht die dritte Gastführerin neben ihm und dem Dichter Juan Lagunas, während es, ach, lang war auch das wieder her, Geräusche-Symposiums, damals bei Numancia. Wenn, wenn, dann hatte sie sich für das Treffen dort aber verkleidet, abgesehen von der schwarzen Hornbrille. Geradezu vermummt war sie alle die Tage gewesen. Ein Tuch um den Kopf bis tief in die Stirn. Und so nicht nur bei den Vorträgen, sondern sogar beim Abschiedsfest. Fast wie eine Abgesandte aus irgendeinem Arabien, unzugänglich, mit niemandem Wort wechselnd. Auch so unansehnlich, dass man an ihr vorbeiblickt. Und jetzt die offenen Haare, Wind darin. Obwohl kein Wind ging, oder waren das Schlangen so? fuhr für eine böse Sekunde sein ewiger Frauenargwohn dazwischen. Aber der sprach da nicht aus ihm selber. Die nackten Schultern, die Sonne auf den glatten, gewölbten Liedern. Auch dazu war mehr nicht zu sagen. Warum nur war sie derart verkleidet gewesen? Was hatte sie ausspionieren wollen? Oder wen? Diese Fragen des Argwohns kamen ihm aber erst viel später, in der Periode ihrer zweiten Abwesenheit. Jetzt galt einzig eines. Zu ihr hingehen und sich wortlos, ohne einen, kennen wir uns nicht, wo sind wir einander bloß begegnet, zu ihr an den Tisch zu setzen. Und wie dann weiter? Entsprechend dem Ideal, dem er früher einmal zu folgen versucht hatte, wenn er an einem Buch oder an einer langen Geschichte schrieb, es geschehen lassen. Mit großen Schritten ging er, der sonst im Leben, wenn nicht von der Schwellenangst, so doch von der Schwellenscheu zu einem oft übertrieben anmutenden Innehalten gebracht wurde, zwischen den Bäumen auf sie zu. In Sorge, er könnte sie versäumen. Der Tisch wäre bei seiner Ankunft leer. Ein anderer Traum, der dazwischen funkte, in den, der ihn weiterhin so frech und verwegen ausschreiten ließ. Und später, in seinem Argwohn getrieben zu noch Schlimmerem, kam noch ein dritter Traum dazu. Sein Schutzengel, der ihn auf dem bisherigen Weg oft und oft vor dem Hinfallen und Sturz bewahrt hatte, bewahrte ihn da vor dem Zusammentreffen mit der Frau, indem er ihn unterwegs zu dem Tisch mit dem Schädel gegen einen Baum prallen und da Länge nach hinschlagen ließ, außerstande je wieder aufzustehen. Was geschah dann zwischen den beiden? War überhaupt etwas geschehen? So die Frage von uns anderen in jener murabischen Nacht, freilich nur insgeheim, still selbst der eine Vorlaute unter uns. Die beiden, der Gastgeber und seine Fremde, machten keinerlei Andeutung. Und entweder hatten sie keine Worte dafür oder es war kein Thema für sie, kein Erzählthema. Gerade eine Ahnung gestatteten sie uns. Das einzige Anschauliche, das sie voneinander preisgaben, dass sie später in der Nacht gemeinsam zu Boden gefallen waren vor Müdigkeit, vor Erschöpfung. Und schon indem ein jeder der zwei beim Reden für sich blieb und den anderen nie anschaute, stand jede Anspielung außer Frage. Es war aber etwas geschehen mit ihnen dort im Eukalyptuswald. Und das sprachen sie auch aus. Einmal er, einmal sie. Es begann für sie zwei da ein anderes Zeitmaß. Und dann setzte das andere Zeitmaß ein. Wo? Womit? Das andere Maß trat in Kraft mit dem Moment, dass sie Augen füreinander bekamen. Gleichzeitig. Und mit dieser Gleichzeitigkeit wurde ihnen beiden der Auftakt gegeben für die Folgezeit. Es war vor diesem Maß kein Entkommen. Und sie wollten das auch nicht, obwohl er, der Mann, anfangs noch seine eingefleischten Ausweichreflexe zeigte. Etwa in dem er, von der Frau abblickt, versucht war, hinter sich zu schauen, als sei jemand anderer gemeint, oder wegzuschauen, als sei nichts, worauf das Maß wieder außer Kraft getreten und in der Tat nichts gewesen wäre. Das andere Maß hieß Übergang in ein anderes System. Übergehen von der einen Welt in eine zweite, die für ihre besondere Zeit mit genauso großem Recht Welt genannt werden konnte. Und jetzt in der Nacht kam ihm das Erinnerungsbild, wie er angesichts ihrer gesenkten Augenglieder in der Sonne, bevor sie ihn zuletzt anblickte. Überzeugt gewesen war, sie lese da vor der Herberge in einem Buch, eines, das, so schloss er aus ihren keinmal zuckenden Wimpern, ein Buch war von der Art, wie er es sich immer erträumt hatte, in der Hand eines erträumten Lesers. Und wie die auf den Knien liegenden Hände der Frau die Handteller gewölbt und nach oben gekehrt, ähnlich denen der Aussiedler in dem Enklavenbus leer gewesen waren. Und gleichzeitig die Schrecksekunde, süßer Schreck, ein zugleich durch Mark und Beine schießender. Und mit dem anderen Maß zugleich auch ein anderes Licht. Und zwar kein etwa helleres, nein, ein entschieden dunkleres, ein düsteres, eine Art finster Licht, mitten am Tage, ein Nachteinbruch, das Sonnenlicht außer Kraft gesetzt von einer jähn totalen Sonnenfinsternis, mitsamt dem dazugehörigen Eiswindstoß. Kreisblende eines Films, das die zwei da umgebende, einschwärzend und in dem Kreis zuletzt nur noch ihrer beider Gesichter zeigend, wie am Ende eines Films. Weder war das ein Film, noch ein Ende. Und wenn eine Frauengeschichte, so eine, die einmal nicht damit begann, dass die Frau von ihm, dem Mann, ihre Rettung erwartete, sondern was für eine, eine, so seine Antwort auf die eigene Frage in jener Nacht auf der Mora war, die die verkörperte Herausforderung war, die ihn stellen würde, wie man einen Flüchtigen stellte, oder ein Wild oder einen Gauner, die ihn zum Kampf rief, wie denn das, so war es gedacht und so sah er es. Oder ging es doch um Rettung? Denn etwas Leidendes, nein, schrecklich Entbehrendes ging von der Fremden aus. Und ein zweites Mal noch verstärkt süßer und zugleich durch Mark und Beinschießender Schreck. Und sie, wie reagierte sie nach wie vor abseits von ihm in der Schwingtür stehend, wie er weiterhin nur an uns andere gewendet. Sie tat das, was sie auch damals bei ihrer, bei der ersten gemeinsamen Augenblick im galizischen Eukalyptuswäldchen getan hatte. Sie lachte, ein Lachen von einer Heiterkeit, wie wir es sonst nur bei meisten Kindern gewohnt waren, nur leider zu kurz, als dass sie uns damit angesteckt hätte. Aber wir spürten, das würde in dieser Nacht nicht ihr letztes Lachen gewesen sein. Das eine war auch, das sie damals vor der Herberge anschließend zu dem Mann gesagt hatte, während sie ihm zugleich den einen wie eigens für ihn freigehaltenen Stuhl hinschob, kam dann in der Erzählung von ihm. Endlich, hatte sie gesagt. Endlich ein Ebenbürtiger. Oder sie bildete sich das bloß ein. Und wenn. Und sie hielt sich dann die Hand ans Ohr für seine Antwort, als könnte die nur aus weiter Ferne kommen. In der Erzählung von der Zeit miteinander, wo, wo auch immer, kamen die beiden und das, was sie gesagt, getan oder gelassen hatten, überhaupt nicht mehr vor. Ein weiterer Gegensatz zu der Kreisblende im Film, in welcher nur noch das Paar auftritt. Immer noch. Indem sie abwechselnd erzählten, blieben sie im Abstand und schauten nur zu uns her. Aber es kam mehr und mehr, dass er ihr die Worte aus dem Mund nahm. Und umgekehrt. Waren die Fremde und der Bootsherr Demnach tatsächlich ein Paar. Sei denn, wie es war. Während ihres Zusammenseins musste Ungeheures geschehen sein. Und das anscheinend fast Augenblick für Augenblick. Noch in der Stunde ihrer Begegnung fielen aus dem wolkenlos blauen Vorfrühlingshimmel und versehens Regentropfen. Und zwar einzig auf sie und ihren Tisch. Es spritzte nur so auf die beiden herab. Hörte dann auf und sprühte dann wieder los. Eine Berieselung, auch ein regelrechter Schwall, allerdings jeweils gar kleiner Tropfen. Nach dem anderen, bis sie zugleich, wie auch sonst, erkannten, das hoch über ihren Köpfen, in einem Astloch, wo Regenwasser sich amtengesammelt hatte, ein unsichtbarer Vogel ein Bad nahm und bei jedem Gefiederschütteln den Luftraum besprengte. Am selben Abend setzte sich ein Kind zu ihnen und musste dann von den Eltern Finger um Finger von ihr und ihm abgelöst werden, wie von einem Spielzeug, das man nicht hergeben will. In der folgenden Nacht ließ der an dem Baum gebundene Esel einen Eulenruf hören und eine Eule antwortete mit einem Eselsstöhnen. Am nächsten Morgen, was stand da in der Zeitung? Nichts und wieder nichts. Tags darauf stieg jemand auf eine Leiter aus Strohhalmen und sie hielt. Und am Abend desselben Tages drückte jemand auf eine Klinke und die Tür ging auf. Ein paar Tage später spielte jemand auf einer Maultrommel der Tod und das Mädchen und jemand schüttelte beim Weinen den Kopf. Und eines Nachts wurden alle Katzen grün und dann wurde der folgende Tag oder war das der Vortag gewesen weltweit zum Tag des Grün erklärt. Einmal dann schwebte eine einzelne Holunderblüte, ihr wisst ja, so eine winzige, kleiner als jeder Knopf, eine weiße, sternförmige, frei in der Luft, allein da, ohne Dolle, zwischen dem Busch und dem Boden, stand da, einfach so ohne Bewegung in der Luft. An einem Spinnfaden, denke ich dir, nicht doch, an dem eigenen Saft, an dem eigenen Seim hing sie, dem blüten Seim, der, ihr hättet das sehen sollen, sichtbar, nur beim nächsten Hinschauen und nur aus einem bestimmten Winkel sie unten verbannt in die Radolde oben, aus der die einzelne, kleinwinzige Blüte sich gelöst hatte, wie das, Holunderblüten im Vorfrühling und um die beiden denn gar nicht ungeduldig, miteinander allein zu sein, ungeduldig waren sie vor ihrer Begegnung gewesen, er wie sie und wie, aber ihrer beider Ungeduld ergab dann Geduld wie nur je eine seltsame Arithmetik. Während die zwei miteinander unterwegs waren, unterwegs, auch an Ort und Stelle, fuhren die Züge und die Busse ausnahmsweise ohne Unfall durch den Kontinent, brach kein neuer Krieg aus, starben ihnen keine Angehörigen weg und denen, die krank waren, ging es diese Zeit lang besser. Es konnte nicht anders sein. So war es gedacht, so war es eingeteilt. So hatte es für diese ohnehin gar zu endliche Zeit zu erfolgen und ein Ding der Möglichkeit zu sein. während ihres gemeinsamen Aufbrechens, Aufbrechen auch im Ruhezustand, wurden die weißen Schürzen der Köche noch einmal so weiß, weißer als in jeder Waschpulverreklame, ließ die Sonne sich sehen ohne die Gefahr des Erblindens, grenzte die Steppe an das Olympiastadion, die Gipfelflur der Alpen an den Dattelpalmenwald, das Anwesen des Milliardärs ohne Mauer oder Zaun, an die Zeltstadt der Flüchtlinge, der Klostergarten an den interkontinentalen Flughafen, das Tierheim an das diphtanische Lächelzentrum, der Golfplatz an die Badlands, der Lärmkanal an das Schweigelabyrinth, der Bergwerksstollen an die Startklippe der Drachenflieger. War es keine Entfernung zwischen Atlas und Libanon und ein Katzensprung von Sankt Jakob im Rosenthal nach Santiago de Chile und kaum ein Gedankensprung von der Erde zur Venus, die an einem Abend rot funkelte wie der Mars. Und eines schönen Tages dann lief William Faulkners schwachsinniger Held hinter seiner geliebten Kuh her. Und dann ließ Madame Bovary ihr Taschenbuch fallen. Und da stand Josef K. verirrt auf dem Weg zum Bahnhof. Und dort stand der Mann, der den Zügen nachschaute. Und dort gingen Bauer und Bindschädler im Abendlicht, das Widerschienen von den Kalkfelsen. Und eines weiteren schönen Tages dann blöte der Kirschgarten. Und dann wölbte sich die Brücke über die Drina, auch wenn der Fluss da gar nicht die Drina war. Und dann einmal bellte ein Hund. Und dann küssten sich zwei an ihrer Stelle. Und dann oder vorher? Nein, nein, zugleich fiel langsam ein Fahrrad um, während zugleich ein Ball aus dem Gebüsch rollte, aus einer Frühlingswolke eine Sommerwolke wurde, ein Ohrgehänge klingelte, ein Läufer grüßte, ein Schuhband geknüpft wurde, ein Bögleisen knackte, eine Zeitung im Wasser auf Grund sank, eine Tanzfläche sich füllte und nirgends, nie, wo, ein Faust unterwegs auf der Pfingst schneise, geschweige denn, ein Mephisto, ein Nero, eine Midea, Lady Macbeth oder sonst eine böse Zauberin und schon gar keine Spur von Ku-Klux-Klan Gengis Khan, Carla von Brug, Gringo Bush, Papa Benedetto, Joseph Fisherman, Magdalena Ganzell, Bernhard Hinrich, Glückskraut, Ossin Weichsohn und all den andern. Selbst der Hitler war wie nie gewesen. Gott schützte die Lebenden und ihrerseits schützten die Lebenden oder die voneinander oder überhaupt Begeisterten. Wen? Ja, wen? Ja, ich Deixa sie